ach guck jetzt sind wir hier wieder raus aber wir haben keinen keks nichts crackeriges dabei ich fürchte wir müssen noch mal hier rein und weiter schauen vielleicht wenn wir hier mal ein beutel da ist irgendwas drin da komme ich nicht dran können wir hier mit der schaufel das kann ich nicht schaufeln okay dann müssen wir es anders machen dann müssen wir erst mal hier mit roher gewalt zack und dann können wir vielleicht jawohl und was haben wir jetzt hier cracker das ist ein instant cracker eine instant cracker mischung für leicht gesalzene kekse einfach wasser hinzufügen okay ja wasser dürfte ja kein problem sein kommen wir hier jetzt wieder raus ja hier ist ganz viel mehr wasser können wir das auch mit grog einfach ich trinke nicht gleich alles ja ok ist hier noch da es ist trocken guck mal ein kleines martini glas fällt kaum auf aber wenn man genau hinguckt zack das können wir jetzt hier mal ein bisschen mit wasser füllen und dieses wasser ist so salzig für die cracker mischung ja gut dann destillieren wir es einmal durch das sollte wohl fast alles salz rausgekriegt haben dann haben wir jetzt hier destilliertes wasser wunderbar und damit haben wir zwei weitere cracker so dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zum dino in der hoffnung dass der dass der liebe papagei dann wieder dort auf uns wartet oder uns nachgeflogen kommt wir werden es gleich sehen naja jawoll hallo kleiner man meine enkelin soll man einen echten mann heiraten einen captain brach nicht solche waschlappen wie euch so so etwas wirklich interessante sachen hier zu sagen ach zum teufel mit euch brach geh nach norden vom dinosaurier zum steinhaufen brach also nach norden hier ist ein steinhaufen und da kommt er wieder poli ist süß geh nach norden vom dinosaurier zum steinhaufen brach okay boli will ein keks ja ich habe noch einen keks hier bitteschön geh nach osten von den steinen zum x okay ach das war ja einfach das ist das zweitgrößte x das ich kenne hm dann dürften wir es ja gleich geschafft haben eine schaufel haben wir ja zum glück noch also zack oh da ist zement da unten ist eine schicht zement ist ja merkwürdig hm ich fürchte dann muss jetzt hier mal das dynamit ran das ist das letzte streichholz okay dann wollen wir mal großer gott das kam aus der richtung von dinky island dieser idiot hat doch tatsächlich den schatz meines großvaters entdeckt ich muss sofort da rüber hm na da schau an schatzkiste das muss der schatz von big whoop sein da ist er hahaha komm ich da dran ne von hier aus komm ich nicht da dran hm kann ich hier vielleicht da komm ich so nicht dran ne kann ich mir das hier irgendwie das klappt so nicht hm tja unsicher die säule ja ja und in der tat diese hülle könnte uns bekannt vorkommen hm verbogene metallstangen sind zwar verbogen aber sehen stabil aus ja und das ganze sieht doch ja wahrscheinlich muss man von oben an die kiste ran ne das haben wir zumindest könnte uns das bekannt vorkommen und wenn wir hier vielleicht so ein brechseil und so und vielleicht können wir uns jetzt ja hier ganz geschickt was meinste hm ich wüsste nicht was da jetzt schief gehen sollte hm hm yeah oh hm 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 ja und etwa drei tage später tauchst du dann hier auf hm hm hilfst du mir jetzt oh wenn du dann deinen mund hältst das ist sicher die längste geschichte die ich je gehört habe oh natürlich oh äh hoppla oh je und wieder mal sind wir im dunkeln und können nichts sehen außer eine kaputte Schatztruhe aber die können wir auch nicht wirklich sehen ah ein Lichtschalter dann mal los buh ha hallo guybrush äh äh würdest dir was ausmachen beim reden nicht zu spucken haha diesmal entkommst du mir nicht also ich bin dir schon mal entkommen und das ist eigentlich auch nicht schwer das ist sogar sehr einfach nicht so schnell selbst wenn du entkommen solltest werde ich dich immer wieder finden wir sind aneinander gebunden ach ja so wie zwei figuren in einem adventure ja das trifft es ganz gut oder aber wie brüder hä ich bin dein bruder nein nein das ist nicht wahr das ist unmöglich erforsche deine gefühle guybrush du weißt dass es wahr ist nein und ich habe eine kleine überraschung für dich also ähm doch nicht etwa ein neues spiel für mein nintendo das fände ich jetzt gut zum einen habe ich einen sega und zum anderen nein äh was ist das denn also ist ja toll dass du akupunktur gelernt hast aber eigentlich ehrlich gesagt fühle ich mich ganz wohl akupunktur nah dran dies ist eine voodoo puppe mit der ich dich jetzt foltern werde und dich dann schreiend in eine andere dimension unendlichen schmerzes schleudern werde sieh zu äh 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 oh 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 Mami This was ja atemberaubend es war ja komm wir spielen noch eine Runde oder Bitte. Nicht mehr. Okay, Zeit für deinen Trip in die Dimension unendlichen Schmerzes. Au, nein, bitte nicht. Endlich bin ich diesen lästigen Feigling-Galbrush los. Ups. Hey, ich lebe ja noch. Hä? Ich dachte schon, das war's. Äh, hoppla. Seltsam. Da muss was mit der Voodoo-Puppe nicht stimmen. Oh nein, also das ist wirklich nicht nötig. Ich, äh, ah, nein, aua, ah, 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 ah. Puh, ja. Und damit willkommen zum großen Finale. Irgendwo hier in den Katakomben. Und wir müssen uns hoch. Lost Parents, aha. Was haben wir denn hier? Der hat diesen professionellen und doch funktionellen Look, dieser Stuhl hier. Kann ich nicht mitnehmen, was haben wir denn hier? Ach du meine Güte, das sind meine Eltern. Ach, echt? Das ist meine Mutter. Das ist mein Vater. Das erkennst du? Hallo Papi. Hallo Mami. Einmal drücken. Papi sieht etwas gelöster aus. Oh. Sein oder nicht sein? Oh. Aha. Es besteht kein Grund, Gewalt anzuwenden. Ich also... Hm. Okay. Tja. Zum Glück kann man in der Tat nicht sterben in diesem Adventure. Aber mit jeder Lechak-Begegnung werden wir hier wieder aus dem Ort gerissen. Ah guck, hier sind wir reingefallen. Und das wollte ich mir doch angucken. Hier. Eine Eintrittskarte. Eine Eintrittskarte? Hm. Tja. Genau genommen sagte die Voodoo-Lady sogar etwas davon. Big Voodoo wäre für uns so etwas wie eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Und das hier sieht erstaunlich ähnlich zu einem Ticket nach Disneyland aus. Hm. Hier ist ein Fahrstuhl. Ich sollte den kleinen Knopf drücken. Ja, dann machen wir das doch mal. Zack. Zap, zap, zarap. Was haben wir hier? 450 Kilo. Sieht groß und schwer aus. Oh je. Dann, äh... Ja, okay. Das klappt so noch nicht. Wir sind glaube ich noch zu schwer mit dieser Kiste daran. Lastenaufzug. Bis zu 500 Kilo. Ja, und mehr als 50 werden wir wahrscheinlich auf die Waage bringen. Mal schauen. Ach da, guck doch mal an. Hier, der kommt uns doch auch bekannt vor. Der bringt schmerzhafte Erinnerungen zurück. Münzrückgabe. Ach guck. Aha. Eine Münze. Ich gucke mich aber hier erstmal noch weiter um. Übrigens schmerzhafte... Uh. Ah. Ein echter Krügerrand. Das machen wir uns mal schnell zu... Oh oh. Aha. Erwischt. Äh, halt ein. Nein, bitte. Ah, nein. Au, au. Ah. Autsch. Ah ja, und jetzt sind wir hier wieder im Lastenaufzug. Und jetzt haben wir... Äh. Hallo. Geil, Brash. Ja, ich will nicht. Lass mich. Ich will weg hier. Weg. Nein. Aua. Näää. Hm. Huch Müsste ja nicht eigentlich hier stehen noch Komisch Ich wollte Wollte hier jetzt noch was machen Hier haben wir noch Kisten Noch mehr Anchovies Ja ne die wollen wir nicht Nehmen wir hier die Münze nochmal mit So Musik 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 Musik